Ich habe von 97 bis 99 in Köln bei dem Satellitensender EvoSonic Radio, das war so der erste europaweite, nur für elektronische Musik bestimmte Radiosender, habe ich jeden Freitag von 5 bis 9 Uhr abends, ich glaube 17 bis 21 Uhr war das, eine Sendung gemacht und bin dann immer aus Frankfurter hochgeeiert und habe dann meine Sendung gemacht. Ich habe langsam immer angefangen und dann habe ich so alle möglichen Musikarten abgedeckt, die ich auch selber irgendwie mal gut fand. Ich kann immer nur das spielen, was ich selber gut finde, aber das deckt schon verschiedene Bereiche ab, also langsame Sachen und sonst wie. Und wenn ich dann mal zu ein bisschen übersteuerten, krasseren Sachen kam, gerade so englische Sachen wie Surgeon und Rages und so, so Downwards, dann habe ich immer irgendwie so gesagt, ja das schreddert jetzt, weil das ist übersteuert, das macht krrrrk. Und hin und wieder hatte ich den To dabei, der hat hier in einem Plattenladen in Frankfurt gearbeitet, der kam einfach Freitagsektor mit mir da hoch und der brüllte irgendwann mal aus dem Hintergrund so, er hat schranzt und ich so, ja genau, das schranzt. Wir haben keine Ahnung, was das bedeutet, aber es passt zu dem, was hier gerade läuft, das schranzt. Und damit war nie gemeint, irgendeine Schnelligkeit von einem Track oder ob der hart oder hardcore war, das waren teilweise ganz langsame Sachen, die einfach nur vor sich hin gerummelt haben irgendwie. Auch immer was, was ich versucht habe in meiner Musik irgendwie vorwärts zu bringen, dieses Dreckige, weil ich fand immer, ich habe immer zu sauber geklungen und ich fand es immer ganz toll, dass die Engländer oder teilweise manche Amerikaner geschafft haben, so dreckig zu klingen. Und das war für mich dieses dirty, schredderige, schranzige. Wir haben einfach das Wort benommen. Da war, hätte ich damals gewusst, dass das irgendwie so einen Lauf nimmt, hätte ich mir ein anderes Wort einfallen lassen, was irgendwie netter klingt oder sonst was. Aber das war alles. Da wird sich die Geschichte eigentlich schon erzählt. Den Rest haben andere Leute gemacht. Also, und meine Idee dahinter ist, also meine Erklärung dahinter ist, dass viele jüngere Geschwister von älteren Geschwistern, die zum Beispiel ins Stammheim oder sowas gegangen sind, sich abheben wollten von ihren älteren Geschwistern, die auf Techno weggegangen sind. Und die haben dann angefangen wegzugehen und haben die älteren Geschwister zu Hause gefragt, na, wo warst denn du gestern? Hast du eine Technoparty? Ich sage, na, ich gehe doch auf keine Technoparty, da bist du rumgegangen. Ich habe auf eine Schranzparty. Da hat es geschranzt. Ich glaube, das war so der Punkt. Und dann hat eine ganze Generation angefangen, ja, wir schranzen. Da kann ich gar nichts für. Und dann schranzten die alle und dann hatten die alle ihr Outfit. Und, also, ich habe denen das nicht vorgemacht. Ich bin nicht mit Schlaghosen rumgelaufen und mit lustigen Mützen oder sonst irgendwas. Also, das war eh so ein Phänomen, auch im Stammheim irgendwie, dass du teilweise Leute gesehen hast, die angezogen waren und wir uns dann als DJs oder Betreiber oder Verantwortliche sich angeguckt haben und gesagt haben, woher haben die das? Weil normalerweise in jeder anderen Szene, wenn du irgendwie Rockbands siehst, die kleiden sich wie die Rockbands. Die lassen sich lange Haare wachsen und haben Lederkutten an oder sowas. Und dann guckt sie immer an mir runter. Turnschuh, Jeans, T-Shirt. Irgendwie laufen die andersrum. Warum? Ja, weil die, also offensichtlich wollen die nicht uns nachmachen. Also, irgendwas machen die von selbst. Und da war der Begriff schranz für die einfach irgendwie plötzlich so ihre Beschreibung. Das ist ihr Lebensstil, das ist ihr Inhalt. Schranz, schranz, schranz. Und es ging dann weiter, dass, gerade auch Rush wurde dann sehr populär. Es wurde immer härter. Und ich glaube, die haben den Begriff mit in diese Musik reingenommen. Und für viele, die dann zu dem Zeitpunkt dazu kamen, war dann Schranz gleichbedeutend mit Hard-Techno und das ist hart. Und dann fingen Plattenfirmen an, wie Zyx oder sowas, Schranz-Compilations rauszubringen und Schranz-Compilations hier und Schranz da. Und ich stand dann immer so da, was ist denn hier passiert? Das glaube ich ja alles gar nicht. Und das hat alles nichts mit meiner ursprünglichen Definition eigentlich zu tun gehabt. Das hat sich ja alles von selbst entwickelt.